Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Update von unserem Mock. Also ich werde jetzt ein paar Update Videos machen von dem neuen Mock. Es ist eine große Platte, bisher groß. Ich werde mal schauen, ob ich es noch größer machen werde oder es so lassen werde. Ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit für Erde, also wieder ein Waldplanet oder einfach nur Gras. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir werden versuchen, hier gerade, also wir versuchen hier gerade erstmal die Grundfläche voll zu machen. Hier kommt vielleicht ein Berg hin, hier die Erde, dann rüber noch das ganze Gras und dann schauen wir einfach mal, ob wir irgendwas noch hinbauen. Vielleicht kommt auf die zweite, wenn wir eine zweite Platte machen, dann kommt vielleicht hier eine Basin. Da schauen wir aber noch. Und ja, also geplant ist es erstmal hier ein Feld um den Berg herumzubauen. Vielleicht können wir auch hier den Berg erweitern bis hierhin. Das hier dann alles zumachen, den Berg hier hochbauen und dahinter dann eine Basis machen, die wir dann mit, sagen wir, ähm, solchen Platten, die ist jetzt kaputt zum Beispiel, die habe ich jetzt gerade gefunden, genommen, äh, vielleicht mit zwei von denen nochmal oder, äh, eine große, so eine nehmen, die ist ja nicht so groß und werden wir die dann hier hinbauen und dann hier noch eine Platte hin, das wäre dann, glaube ich, die hier und dann hier eine Basis hin machen. Das werden wir schauen, ob wir das hinbekommen. Ich habe mir gedacht, weil viele angefragt haben, dass wir mal wieder ein großes Mock bauen sollen, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fangen wir mal ein kleines, äh, ein großes Projekt wieder an. Äh, werden schauen, wie weit wir kommen. Basis hätte ich schon Lust drauf, einfach mal wieder etwas Neues zu versuchen und, ja, wir werden sehen. Das war jetzt das erste Update-Video, es kommen wahrscheinlich noch zwei, drei dazu, wo ich euch noch ein bisschen mehr zähle, weil hier sieht man eigentlich ziemlich wenig. Deswegen, bleibt dabei, erstes Update-Video, bald das zweite wahrscheinlich und dann, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Liked das Video, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal. Baum! Bis zum nächsten Mal.